Spiegelungen der Wellen Spiegelungen der Wellen Spiegelungen der Wellen Spiegelungen der Wellen Mein Herz ist heute schwarz, wie die Nacht, es trägt das gleiche Klang. Es lüftet beim Tanzen und nicht drunter, beim Tanzen, wie Karasson, mein Herz. Wie die Nacht, es trägt das gleiche Klang. Tanzen, wie Karasson, mein Herz. Wenn die sagt, wir hören auf, dieses Wort zu finden und fallen in unsere eigene Dunkelheit zurück. Im Vertrauen darauf, es blinkt aus dem Hintergrund, der wir geworden sind, ein Notlicht, das die Menschen uns versorgen lässt mit dem Nötigsten an Zuwendung, das ein Leben braucht. Und ein Notlicht, das blinkt als Bereitschaftssignal, in Notsituationen ansprechbar zu sein für die anderen. Währenddessen denkt auch der Maurer über Pferde nach. Und ein Notlicht, das blinkt als Bereitschaftssignal, in Notsituationen, in Notsituationen, in Notsituationen, in Notsituationen, in Notsituationen, in Notsituationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017